So, hallo. Ihr werdet wahrscheinlich alle gerade die Wahlen verfolgen oder so. Eine Auslosung gab es heute. Schalke im DFB-Pokal gegen Augsburg. Naja, drücken wir die Daumen. Mal gucken, was passiert. Das Spiel heute gegen Köln. Ich weiß nicht, ich bin zwar immer sehr positiv, aber pass auf, pass auf. Eigentlich, die Bewegung nach vorne war gut. In Teilen sehr gut. Gute Kombinationen, speziell, ich weiß, Francesco sieht das anders. Ich fand Moore gut, wenn nicht sogar einer der Besseren im ganzen Spiel, weil über ihn viel lief. Allerdings ist das Feintuning zwischen ihm und anderen Spielern oder unter den Spielern generell noch nicht ganz so da. Wenn das dann alles mal soweit ist, sehen wir sehr gut aus, finde ich. In der Abwehr zu den Toren, die gefallen sind. Das 1-0, meiner Meinung nach, bremst Cissé dazu früh, beziehungsweise zieht nicht durch. Hätte er eventuell ein bisschen näher kommen können. Das 2-0 muss Cissé meiner Meinung nach raushauen. Ja, ganz einfach, müsste. Und beim 3-0 haben wir zwei Fehler, meiner Meinung nach. Also, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Aber Hekerin hüpft diesen einen Schritt zu weit raus. Und dadurch stimmt der Winkel dann nicht mehr hinterher. Aber Schallenberg hätte auch weiterrennen können, durchziehen können und wäre dann eventuell in der Lage gewesen, das zu verteidigen. Im Allgemeinen muss ich sagen, ganz ehrlich, wir hatten richtig gute Spielzüge nach vorne. Wir hätten auch noch das ein oder andere Tor machen können, gerade in der ersten Halbzeit. Im Augenblick sieht das jetzt nicht so schön aus. Ich hätte mir auch mehr gewünscht. Aber wir haben jetzt Köln hinter uns, wir haben Magdeburg hinter uns und wir haben einen, wo ich noch sage, das wird spannend auf jeden Fall und das ist der HSV. Ansonsten bin ich der Meinung, können wir alles schlagen. Wir können auch Hamburg schlagen. Aber ich glaube, das wird eher schwieriger. Aber das ist nur meine Meinung. Die Abseitsentscheidung, ich verstehe sie nicht. Die Absatz, dass das eben kein Abseits war beim, war das ja 2.0 oder was? Meiner Meinung nach war der gut 30 Zentimeter am Abseits. Aber okay, was willst du machen? Das Abseits, welches dazu geführt hat, dass wir das Tor abgenommen bekommen haben. Ja, das waren auch ungefähr 20, 30 Zentimeter Abseits, fünf Spielstationen vorher. Aber ich weiß es nicht. Ich hätte einen Ausgleich gerne gesehen als Gerechter. Denn ich fand uns echt nicht schlecht. Ich habe eine Sache, die verstehe ich nicht, warum Sanchez nicht gespielt hat für, anstelle von den Schallenbechtern hinten reinzuziehen. Der muss weiter nach vorne. Warum Sanchez, ja gut, das weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht. Reden wir morgen drüber. 20 Uhr. Ne, 19.04. Wir machen 19.04. Dann könnt ihr direkt danach nämlich rüber zum Francesco. Um 20.30 Uhr oder 20.45 Uhr. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, bis dann. Glück auf.